Du fährst doch wieder zum Bahnhof? Ja. Aber geh doch noch nicht umgegangen. Nein, da muss ich am Bahnhof fahren und dann über Böchler meinen Zug. Ja, aber jetzt ist ja schon ein Gänger hier nicht mehr. Ja, ich freu mich eh schon. Ja, ich freu mich. Ja, um halber sieben. Nachher geh dann noch zum Hof rein, ich kauf mir noch gar nicht kalt. Ich glaub bis um sieben, glaub ich sogar. Ich krieg aber noch einen Blick von motorgruppen. Ich könne dir zur Engen quedisteröme. Ich kann mich jetzt für dich es anschauen, bis zur Engen die nodze Böchler momentan. Und многие haben das Unternehmen mit ihm Utz. In Böchler 2 steigt. Bis zum nächsten Mal. Im Näne Krном. Also gab es WFする. WDR mediagroup GmbH wDR mediagroup GmbH Wie bitte ? Ja das war der Tobias ja Und so gehts dir gut? Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.